Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 10. Januar 2022 und ich brauche, obwohl es stimmt eigentlich gar nicht, ich wollte gerade sagen, ich brauche gar nicht so viel erzählen. Wir haben ja die Jahresausblicksanalyse rausgegeben erst, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jahresausblick über mehrere Wochen, Monate kann natürlich untergeordnet ein ganz anderes Bild ergeben und wir haben es schon zum Freitag gesehen, hat sich unser DAX ganz schön dreckig gemacht, hat sich hier drunter gegraben jetzt und das hat natürlich noch absolut keinen Einfluss jetzt auf die Jahresausblicksanalyse, beziehungsweise die übergeordneten Routen. Wer da aufgepasst hat, hat ja gesehen, dass es dafür erst gut oben rausgehen muss, beziehungsweise unten unter die 15.000, bevor wir auf der Ebene überhaupt ein neues Signal kriegen. Untergeordnet sieht das natürlich ganz anders aus, in einem 2-Stunden-Shut haben wir hier schon kleinere Signale, die wir kurzfristiger für uns nutzen können, für Intraday-Trades oder für kürzer angelegte Trades, die jetzt eben nicht über das ganze Jahr oder über mehrere Monate gehen sollen, sondern einfach Trades, die bloß ein paar Stunden oder, ja, ich sag mal, maximal ein paar Tage gehen sollen. Wir haben am Freitag gesagt oder für den Freitag gesagt, dass ich schon davon ausgehe, dass der DAX sich noch unter die 15.000, also nochmal unter die Tiefs vom Vortag eben drunter drückt, weil das war ein fallendes Dreieck. Und da hat man gesagt, wenn da die untere Kante eben auflöst und er unter 16.000 fällt, unter 5.590, dass er dann eben weiter runter soll. Hatten die 15.975 betont, wo ich gesagt hatte, die kommt recht nah, da muss man ein bisschen aufpassen. War auch tatsächlich so, er hat da relativ früh drauf gezuckt und wirklich schon nochmal richtig deutlich nach oben reagiert, sich dann aber tiefer fallen lassen und dann die Ziele nach und nach abgeklagert. Hat auch die 9.40, auch die 9.20 und selbst den Gap-Close fast zugekriegt, ein bisschen fehlt da noch. Das kann auch sein, dass das nochmal nachgelegt wird, falls auch zum Montag nochmal nachgelegt wird und dann muss ich das zeigen halt. Also ob es sich schon ablisiert kriegt. Ich glaube dadurch, dass es so zeitig vorm Gap gedreht hat, würde ein erneutes Abdrehen dann auch tiefer gehen, tiefer gehen als diese 15.849 und dann schon rein in den Bereich um 15.780 bis 15.740. Das würde ich dann tatsächlich erwarten, wenn wir neue Tiefs kriegen unter 15.860, dass er in den Bereich reingeht und richtig Substanz hat der auch nicht, muss man schon so sagen halt. Also das ist erstmal eine gute Supportzone, die kann auch erstmal gut gegenwirken. Ich würde dort aber eigentlich bloß eine Seitwärtsstabilisierung erwarten und dass es sich dann später noch hier Richtung gleitende Durchschnitt, beziehungsweise vielleicht sogar untere Kante noch ein bisschen tiefer fühlt halt. Also da müsste man schon ein bisschen genau hingucken, dass er vielleicht ein 61er Retracement macht von der Bewegung, die jetzt hier stehen hat. Wo wird man da rauskommen? Da hat man in den Bereich um 15.530, also schon hier unten eher auf die Zone kommen. Und deswegen würde ich sagen, unterhalb der Tiefs der Vorwoche wäre 7.850, die nächste wichtige Zwischenstation, tiefer dann aber schon eher Bereiche um hier 5.30, 5.60, 5.50. Also da würde ich schon fast so sagen, wenn der Bereich hier nicht hält, also dann würde es mich ja nicht wundern, wenn wir da noch einen ganzen Tacken tiefer gehen. Okay, oben müsste er einfach mal ein bisschen mit Leistung glänzen, halt nicht nur unten, um da weiterzukommen. Mir würde eigentlich schon ein Überwinden von Waffen reichen. Mittlere Band, 16.075, ja. Ein Überwinden von 16.075 würde nach oben erste Potenziale freilegen, hoch zu 1.20, hoch zu 2.30. Dann können wir das vielleicht ein bisschen tiefer ziehen hier. Sagen wir, über 16.075 würde sich erst das Potenzial freischlagen, bis 1.20, 2.30 erstmal als erstes Ziel. Und dann eben drüber hinaus auch mehr. Wenn da oben die 300 aufbricht, dann geht das auch weiter raus im DAX. Dann kann er da oben in die Short Squeeze reingehen und sich Richtung 3.65, 94 dann da oben fühlen. Was dann natürlich auch im Sinne der Jahresausflächsanalyse, die ich Potenziale freigeben würde, die wir dort besprochen hatten, mit 16.690 und so weiter. Ich hänge euch jetzt am Ende des Videos nochmal diesen, kommt so ein kleiner Bubble hier, letztes gepostetes Video. Da stelle ich euch den mal mit rein, den Link zur Jahresausflächsanalyse, wer es hier noch nicht gesehen hat. Könnt ihr dann auch mal mit reingucken. Und da haben wir nochmal das Bild im Großen und Ganzen dann. Joa, von daher, brauchen wir hier eigentlich gar nicht mehr besprechen, ha. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier zu, machen wir es schon aus. Relativ kurzes Video, aber ich habe heute, wir haben heute Webinar gehabt. Zweieinhalb Stunden, dann noch eine Stunde Jahresausflächsanalyse, jetzt noch Morgenanalyse. Ich bin dann auch echt froh, wenn ich heute hier fertig bin, dass auf dem Sonntag, sitze ihr seit um 11 dran mit Vorbereiten fertig machen. Und sitze jetzt wahrscheinlich auch noch eine Stunde, bis das dann alles online ist. Mal gucken, ob ich es bis um 12 hinkriege. Ja, also von daher, ist es okay, dass es mal ein bisschen kürzer ist. Und wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Ich würde nicht zwingend das Risiko auf der Unterseite sehen. Nicht zwingend. Aber wenn wir den unter 49, unter 29, vor allen Dingen unter den Wochentiefs der Vorwoche sehen, dann glaube ich, dann geht das Risiko hier ein bisschen auf. Ich würde mich zum Starten zwingend positionieren wollen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er nochmal hoch an die 16,20 stehen gerade. Aber auf der Oberseite kriege ich erst das Long-Signal über 16,75. Und unten würde das nächste Verkaufssignal aktiviert werden, wenn wir jetzt hier quasi die tiefste Vorwoche unterbieten. Ja, gut. Also ich mache aus, wünsche euch was. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.